moin moin und hallo heute möchte ich gerne zeigen wie eure felgen richtig schön sauber bekommt in meinem fall war das nötig da ich sie ja bearbeitet habe und neu lackiert hatte also das ist jetzt auch mit einem montierten reifen möglich ich benutze dafür einen felgen reinigungslösung die sind so einem spritz in seiner pumpe drin das heißt also wir süppeln damit so richtig schön mal auf die felge von innen und von außen das könnt ihr natürlich nur von außen machen wenn sie montiert ist an eurem fahrzeug aber egal ihr könnt genauso machen es gibt mehrere möglichkeiten ihr könnt zum beispiel die waschanlage fahren autowaschanlagen haben nämlich solche bürsten köpfe die genau schön rein gehen dann könnt ihr das aber auch so machen dass ihr mit spray das macht einem spray ein bisschen warten dass das lösungsmittel sich ein bisschen an den staub und dann den dreck macht und danach nehmen wir dann auto shampoo etwas wasser am besten warm und einen schwamm und dann gehen wir über die komplette felge drüber und entfernen so jede art von schmutz schmutz und dreck ade durch die bewährte felgenreinigung spray und auto shampoo öfters werdet ihr auch probleme mit dem abrieb von eurem brems belägen haben da hilft natürlich ein extra produkt wie zum beispiel das alu felgen pflege zeugs oder backofenspray das heißt also ihr nehmt einfach wasser und backofenspray baut ihr euch aus diesem backofenspray und ballert das damit rein ihr könnt auch ein putztrein benutzen oder zum beispiel sogar mit zahncreme arbeiten das heißt also immer schöne runde mit dem spray arbeiten danach mit auto oder felgenwasch shampoo wenn das dann alles da ist schön abwaschen und noch eine zweite runter hinterher legen legen ihr seht ihr mich jetzt schon die werden jetzt blitzi platzi blank hier werden oh das ist doch gut ihr solltet also das ist meine erfahrung ihr solltet nicht unbedingt bremsenreiniger benutzen weil manche bremsenreiniger nicht alle manche bremsenreiniger sind nämlich so aggressiv dass sie euer lack anlösen da ist es eine gefahr dass dann auf einmal eure felge ein bisschen weiß wird also da müsst ihr aufpassen was auch noch geht ist silikon entfernen das klappt auch natürlich nicht durchnässe sondern dann auf den lappen geben und drüber reiben und für für ganz krassen dreck dann ein bisschen ein bisschen bremsenreiniger drauf tun das klappt auch am ende natürlich immer schön mit wasser abspülen denn die doch etwas aggressiven mittelchen sollten ja dann abgewaschen werden durch das multifunktionale wasser und bei ganz hartnäckigen dreckigen felgen hilft auch manchmal etwas bremsenreiniger punktuell und dann ein spachtel aber nicht aus metall sondern ein spachtel aus plastik das habe ich auch schon öfter gemacht vor allen dingen klebereste kriegt ihr damit gut ab das funktioniert gut und wenn einmal die reifen demontiert sind so wie in diesem fall könnt ihr auch die innenseiten mal so richtig schön säubern und dann sehen die danach aus shiny neu ganz ganz toll am schluss vielleicht noch mit baumwolltuch drüber dann trocknen lassen und dann wenn ihr ganz krass seid könnt ihr es ja auch noch polieren dazu nehmt ihr dann ein mikrofasertuch oder auch ein baumwolltuch und dann polierpaste und dann geht ihr über jedes fitzelchen und dann reibt ihr reibt ihr bis ihr eine spiegelglatte oberfläche dann hinterlassen habt und dann könnt ihr euch auch aufs nächste treffen übergeben denn da perlt alles erst mal ab sieht man hier auch diese perlen das sind die rückstände vom wachs der zur montage der reifen benutzt wird aber der muss weg weil wenn man die felgen lackieren möchte dann muss alles fett frei sein komplett und da braucht man dann schon silikon entfernen also leute da ist ein bisschen arbeit drin aber es geht so ich fasse mal zusammen ihr könnt benutzen den felgenreiniger in sprayform ihr könnt auch es gibt auch solche tücher da ist direkt das zeugs mit drin felgenreinigungstücher könnt ihr benutzen das ist aber noch mehr arbeit ihr könnt benutzen zahncreme ihr könnt benutzen putzstein oder backofenspray und bedingt könnt ihr benutzen bremsenreiniger da solltet ihr es wirklich an einer nicht so sichtbaren stelle mal vorher einsprayen und so eine minute ablüften lassen gucken was mit dem lack passiert aber wenn dann auch alles safe ist dann könnt ihr diesen bremsenreiniger auch benutzen so ich hoffe ich konnte euch helfen so kriegt ihr eure felgen wieder blitzeblank und schön dann sage ich vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zu und zu